Erstmal ein schönes... Oh scheiße, nicht überlaufen. Und dann tschau ihr wunderschönen Menschen. Herzlich willkommen bei einem neuen Modern Warfare 2 Gameplay Match Online natürlich. Diesmal auf der Map Innovation. Invasion, keine Ahnung, scheiß mich tot. Und ich bin heute dabei mit der Farmers. Und Farmers Schalldämpfer ist aufgelegt auf die Nuke. Und im nächsten Spiel... Ich hab keinen dabei heute. Im nächsten Spiel werde ich dann euch mal ein paar Infos drüber geben. Zur Nuke-Geschichte, was ich da vorhabe. Eine ganz große Sache. Ich hab da was ganz geiles. Oh, da ist ja ein Gegner. Scheiße. Gar nicht gesehen, hey. Fuck. Und ja, erstmal dazu im nächsten Video Informationen. Das kommen in zwei Tagen. Ich hab mir jetzt einen kleinen Upload-Kalender gemacht. Du Arschloch. Ist da hinten ein Gegner? Nein, gut, seh ich nix. Oh, doch, da ist einer. Scheiße. So, wo ist der? Seh ich nicht. Mir wischt. Und immer... Oh, natürlich hier. Wunderbare Dreckskacke, hey. Drecksige, dreckige Drecksarschlöcher. Ziffix. Da oben sitzen sie in der Ecke rum, du coole Sau. Meine Fresse, hey. Also. Heute geht's eigentlich um ein Thema, das ihr bestimmen könnt. Das ist jetzt ein bisschen komisch formuliert. Macht aber nix. Es ist jetzt so. Also, ich würde gern von euch wissen... Oh, jetzt schmeiß ich die Gaymore. Die Camore. Ich würde gern von euch wissen, welche Themen ihr gerne von mir hören würdet. Das wäre für mich sehr interessant zu erfahren. Und es wäre sehr interessant für mich zu wissen. So, wie ist jetzt da einer? So, da ist einer. So, aaaaaa. Aaaaaa. Ich komme jetzt gerade gar nicht. Klar, hey. Schön. Nehmen wir halt unsere M4A1 2093. Äh. Weil ich mit der auch nicht besser bin. So, es ist damals einer. Oh, und auch nicht den tötig, hey. Ich habe vorhin richtig geile Sachen aufgenommen. Und jetzt, wo ich kommentiere live, bin ich scheiße. Ah, nein. Stirb. Oh, natürlich stirbst du nicht, oder? Und jetzt haut der mich weg, hey. Oh, 2 zu 6. Ein wunderschönes Gameplay. Leck mich noch am Arsch, hey. Also, normalerweise bin ich nicht so schlecht. Behaupte ich mal als schlecht. Oh, nächster Kill. Wahnsinn. Jetzt gehe ich aber mal ab hier. Schon drei Kills. Ah, so ein Pro. Ah. Ich habe ihn doch gemessert. Was ist denn das für eine Scheiße, hä? Da oben ist einer so. Also, die Map ist anscheinend doch nichts für mich heute. Also, heute nicht. Morgen vielleicht, aber heute nicht mehr. Und es ist live, natürlich. Und es kommen aber jetzt, ganz versprochen, es kommen auf jeden Fall jetzt wieder geile, also, was heißt wieder, es kommen jetzt bald wieder geile Matches. Nicht verpassen, auf keinen Fall. Was ist denn das? Wenn die immer hinter mir sind, hey, ich könnte ausrasten. Dann mache ich aber nicht. Jetzt diesmal nicht. Später schon. Im nächsten Match dann. Und einfach mal, wenn euch irgendwas interessiert, wie ich irgendwas, keine Ahnung, irgend so ein Thema einfach mal vorschlagen. Und ich werde es damit sprechen. Würde mich sehr freuen, wenn da was kommt von euch. Weil mich immer für sowas freut. Und, äh, ja, genau. Diesmal leck mich doch am Arsch, du Drecksarsch. Zifix. Also, heute sind die Schimpfwörter echt gut gewählt. Ja, dann noch einer. Ja, was ist denn das? Wie killt denn mich der bitte? Oh, ein Camper. Leck mich am Arsch. Ein Thema, das ich fürs nächste lange große Herrschaftsmatch ausgesucht habe, ist, ähm, auch mit Campern. Es geht auch um Camper. Und da kommt auf jeden Fall was ganz Geiles. Dann werde ich noch einige Nuke-Sachen euch sagen und euch zeigen, auf jeden Fall. Also, äh, ich habe einen schönen Spruch entwickelt. Aber den habe ich leider vergessen irgendwie. Weiß ich nicht warum. Und der Spruch ist jetzt weg. Und das ist scheiße. Wenigstens, oh, ich habe nicht mal den, hey, oder? Nicht mal den habe ich. Nicht sauber. Und dann killt mich die fette Sau da hinten, hey. Ich könnte kotzen bei sowas. Wie bin ich denn bitte mit 12? 6 zu 12 Erster. Gott, ganz schlecht, weil alles nur Camper sind, hey. Muss man gut, äh, muss man Camper sein, um gut zu spielen? Fragezeichen. Nächstes Thema gesagt hat. So, du Noob. Zifix. Ja, überrennt mich doch gleich, hey. Schubs mich weg, du Arschloch. Gibt's doch nicht, hey. Was ist denn das für ein Scheiß, Dreck, hey. Da habe ich gar keinen Bock auf so einen Scheiß. Wenn mich wieder so Jonas, wenn mich da Jonas erschießt, gibt's doch nicht, oder? Weil ich hatte vorhin einen Chopper Gunner und jetzt am Arsch. Zifix. Weil ich habe keinen Nook. Deswegen bin ich doof. Das ist ja auch so. Ich dachte mir als erst irgendwie, ja, wieder ein bisschen reinkommen und dann irgendwie voll die fetten Runden aufgenommen. Und jetzt bin ich voll scheiße hier, wenn ich mal wirklich aufnehme. Mein Gott, hey. Es gibt so geile Karten, ne? Es ist so ein schönes Spiel. Warum siehst du mich bitte jetzt? Ich habe mich doch von der Seite angeschossen, aber ich habe Scheißdämpfer. Nein, der sieht mich natürlich. Also, sowas, na. Und ich habe einfach einen Uploadplan gemacht, wann ich was uploaden oder beziehungsweise freigebe. Und das ist einfach, ja, das ist einfacher für mich. Und für euch auch ist es ein bisschen geordneter. Und das ist schön, so. Ach, da oben ist ja was, oder? Oh, ich habe ihn noch gesehen. So eine dumme Drecksau. Oh, auf dem Dach steht er. Auf dem Dach. Meine Fresse. Ja, Louis. Ja. So, klette du Drecksack. Auch wenn es nicht da stand. Ich habe es trotzdem mit dem Klettern gemacht. Ist mir wurscht. Das Match ist gleich vorbei. Leider. Oh, die Predator hau noch auf mich. Natürlich liegt er hinten im Gras. Die fette Sau und bewegt sich keinen Millimeter. Worum auch hat er seine Predator. Also, mein Gott. Ich habe dabei die Abschussserien. Lachhaft eigentlich. Abschussserien dabei. Die Predator, den Harry und den Pave. Das war ein. Harry, Pave und Chomaghan habe ich dabei. Natürlich, weil sonst ergibt es ja auch keinen Sinn. Also, ich habe jetzt locker gleich noch irgendwie hier so 30 Kills. Also, ich mache hier irgendwie 30% meiner Kills bloß mit Sam-Tags. Mit Lucky Nades. Oh, ich habe den doch eigentlich genau gedacht. Ich habe ihn getroffen immer. Aber anscheinend war das Spiel jetzt eine andere Meinung. Also, ja gut. Und ich werde auch ein paar Noob-Sachen vorstellen, wie man gar nicht spielt. Und alles. Also, kommen echt super Sachen. Ja, glitsch dich noch da. Leck dich doch noch ein bisschen. Und da hinter mir der nächsten Held. Ach, der Noob wieder. Schön. Ich glaube, den Sam-Tags ich mal. Nein. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Und da. Letzter Abschuss. Scheißdreck. Ich bin tot. Kack mich an die Wand. Ich meine, schlag mich an die Wand. Ziel fix. Also, das war heute echt nicht so schön. Schreibt mir eure gewünschten Kommentare. Ihr... Also, russisch. Eure gewünschten Themen einfach mal in die Kommentare rein. Und über was ihr jetzt noch reden wollt. Und was ihr noch sehen wollt für Matches. Einfach mal mir schreiben. Auch von mir aus. Klassenkombinationen. Es ist alles möglich. Wirklich. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis denn. Und Tschüss. Ne. Bleibt so schön.